Hallo ihr tolle Menschen und willkommen zurück zu einer neuen Runde Puyo Puyo Tetris im Adventure Mode Ich glaube das habe ich die ganze Zeit immer vergessen zu sagen, weswegen ich den Adventure Mode spiele Aber es ist ja eigentlich dick breit fett und grün hinterlegt oben nix zu lesen Also jeder der es nicht gesehen hat, der hat wahrscheinlich nicht geguckt was ich mache oder so So und jetzt gucken wir mal, ob wir das heute hinkriegen So und ich glaube das war mal wieder ein Fehler Schauen wir mal, es war definitiv einer So Und eigentlich, ach, genau das war dieser Fehler, von dem ich gerade eben gesprochen habe So, aber wenn wir das jetzt so machen, müsste irgendwas passieren Okay So Aber das war vielleicht nicht so gut Aber jetzt können wir dann ein neuer Kombo aufbauen So So So, jetzt brauchen wir nur genug Roti So Hm Das war eigentlich nicht so gut, glaube ich So Jetzt brauchen wir blau und gelb Brauchen wir blau, dann haben wir gelb So Mal sehen, bringt das irgendwas? Das bringt wie immer nichts Yay! Wie geil ist das denn? So So Bringt das uns irgendwas? Das hat uns nicht weitergeholfen Und das? Das bringt uns auch keinen Schritt voran Naja, wer hätte es gedacht? Und das auch nicht Aber das, nein Nichts bringt uns voran Wir sind so schlecht in Puyo Puyo So So, aber jetzt, jetzt passiert doch irgendwas Tolles Ja Und da war es mal wieder vorbei Und und Hm 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 Tja Das war ich sogar noch schlechter als gestern Ich glaube, das wird jetzt mein Ultimo-Level hier. Ich komme daran nicht vorbei. Ich verkack das immer so. Ich will mal was machen und das funktioniert immer nicht so, wie ich das machen möchte. So. So. Ja, das darf gerne so sein. So. Ja. Jetzt haben wir rot und blau. Genau, so. Und jetzt können wir das nämlich so schön aufbauen. Und das wollte ich eigentlich nicht. Und das eigentlich auch nicht. Aber jetzt haben wir jedenfalls meine Zweier-Chain. So. Und da muss jetzt ein grüner dorthin. So. Sorry, wir brauchen... Ich hätte da vorher noch einen roten, glaube ich, hinmachen müssen. Ja. Das war nicht so gut. Und den gelben hätten wir auch gebraucht. Und das war wieder voll sinnlos. Richtig sinnfrei. So. Aber jetzt haben wir das ein bisschen gerettet. So. So. Ich auch noch mal ein grün. So. So. Hier. Rot. So. Genau. So. Jetzt brauchen wir blau und grün und... Grün und rot. Ja. Ähm. Doch. Nehmen wir das mal so, wie es hier ist. Gucken, was passiert. Ich bin zu schlecht in Kombos. Basteln. Sag ich ja. Geil. Hup. Hm. Geil. Geil. Puh. Ich werde immer schlechter. Ist ja richtig geil. Ach Mann ey. Was mache ich denn da? Warum schaffe ich das denn nicht? Bin ich zu blöd dafür? Oder was? So bescheuert kann man doch schon gar nicht mehr sein, die ich hier was ich mache. So. Zack. Da brauche ich Grüne. Oh ne. Ach Mann. So. Ja, das hat mir auch schon ja nichts mehr gebracht hier. So. So. Siehst du? Ich habe schon wieder scheiße gedacht. Jedes Mal. Jedes Mal denke ich da genau falsch rum. Nachscheiße. Nach. Das bringt mir auch wieder nichts. So. So. So, das bringt mir ja um. So. Jetzt haben wir hier Blau-Gelb. So. Jetzt haben wir hier Grün. Musst noch da. So. So. Jetzt brauchen wir nur Rot. Nee. Warum nicht. Egal. Haben wir ja Macht. Gut. So. Bringt er hoch. Nixer. Bringt er Nixer. So. Ja. Keine Ahnung. Das bringt alles für nichts. Das ist alles voll für den Popo. So. Alles voll für den Popo. Und wieder für den Popo. Ich hoffe es nicht. Das Level. Das will mich nur verarschen. Ich hoffe es einfach nicht. Ich kann keine Kombos basteln. Bin zu bescheuert. Für dieses Level. Wird er immer schlechter. Was ist denn los hier? Liegt es daran, dass jetzt hier nicht mehr an ist oder was? Ich habe zwei. Ich versuche das schon kaum zu basteln. Warum macht er denn das so, wie ich das möchte? So. Ich mache jetzt nur noch drei Erkommen. So. Bastel immer so, dass hier drei sind. So. Zwei. Drei. So. 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 Jetzt spricht er oben grün. Jetzt spricht er oben. braucht da oben grüne ach so wollte ich das aber nicht na es war schon mal nicht nicht so schlecht na genau so so sollte es sein so 3 so und jetzt ist es eine combo ne das zählt schon als combo das zählt schon als so genau jetzt so und so und jetzt machen wir mal das aber das hat leider nicht so funktioniert wie ich das möchte wie immer so so rot bitte ja oder sowas halt ja so so mag ich das auch so mag ich das auch so und hier noch mal grün und rot und blau und rot und jetzt müssen wir die die grünen da kaputt machen oder so so nee der war schlecht so tja haben wieder mal 13.000 punkte gefehlt tja 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 so noch mal zack so 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 ja ein Satz mit x das war wohl nix so und noch einen roten oben drauf genau so grün so jetzt brauche ich hier so aber nein das funktioniert nicht warum hat das jetzt ja nicht funktioniert so wie ich das wollte oder mir gedacht hat zumindest so so wenn ich jetzt so mache was passiert dann nur scheiße geil so was passiert jetzt so jetzt muss ich den roten lösen nein ach man ah doppelmann den roten lösen genau so ja und äh jetzt hab ich wieder verkackert so so bringt auch ja nichts geil so ja ich bin jetzt schon total befordert und weiß nicht mehr was ich hier jetzt großartig großartig machen soll aber ich glaube ich schaff das wieder nicht mehr schafft es nicht das ist für mich das ist jetzt hier killer für mich ich krieg das nicht mehr hin es ist vorbei für mich für mich ist vorbei so hab ich jetzt den anders gesetzt dann das wahrscheinlich geklappt so oh oh ich hab's geschafft oder was oh bitte sag mir ich hab's geschafft ich hab's geschafft wow ich hab's geschafft sogar mit zwei sterne ok hunderttausend hab ich gemacht gut war einfach nur irgendeiner combo und jetzt muss ich die witch besiegen auf spacecraft und witchcraft ok und wir haben Puyo Puyo wahrscheinlich ist die jetzt so schwer dass ich das so machen musste das ist das du schaffst die blöcke und oh das ist alles ich glaube ich könnte das als ein ingrediente für eine neue Potion wer ist die Frau mit dem lustigen Hatt oh oh Puyo Puyo ich glaube sie wurde hier auch du dann ich brauche einen magischen Assistent du willst du helfen? ah lecker oh das war zu laut oh ho 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 oh man er ist äh ne hab grad schon mir gedacht mikrofonbewusst ist aktiviert hm zehntausend punkte? ok da ist aber halt die frage ob ich das hinkriege oh oh nicht schon wieder ja nicht schon hm try this potion geil so oh 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 hm 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 Feuer Feuer so zack so so mag ja eigentlich trotzdem trotzdem Kombos machen ah das war keine dies war keine Kürnbel hm 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 nix machen ja wie soll ich denn so ich hier was jetzt tja da habe ich halt einen fehler gemacht ne ha ha so oh oh hm 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 time tja ah habe ich fehler gemacht oder was aah naja stehe hm 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 mal geiler ist aber ich hab's ich habe es 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 oh geil oh ja oh ja oh ja ah ja 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 ich sehe so viel das ist nice oh was war denn das für ein scheiß mann das ist doch unfair so oder was so machen wir das so ne zack zack und ich hab verkackt ok so ist das ne so verkackt man anständig aber auch nur so so verkackt man anständig so verkackt man anständig so verkackt man anständig tja und das ist vorbei und ich hab wieder verloren hey hey hmm meh wie mies waren das jetzt oh was oh man warum kann ich den schon wieder nicht drehen rotzig was upgrade was stich nicht upgrade 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 wow ich bin erster upgrade feuer ok ich meine echt upgrade ich habe gewonnen ich bin der tetris king ich bin der tetris king und spiel Puyo Puyo so muss das sein ach ja 10.000 ach ja naja immerhin geschafft also wird langsam knackig hier score 4000 punkte bevor man 4000 ok 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 oh warum ist denn das so schnell Oh Mann. Das war mir ein bisschen zu schnell, weil ich da nicht langsam mich heranspielen konnte. Aber ich würde es jetzt gerne gleich nochmal probieren. Bitte. Ah. We try, we try. 500.000 Punkte bevor man Level 30 erreicht. Mit Puyo Puyo, yay. Okay. Dun, 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 dun. Okay. So. Okay, wohin? Das war ein Fehler. Richtig geiler Fehler. Hm. 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 Ja. Let's do it. Ready? Prepare yourself. Prepare yourself. Lockdown. Excellent. There. Ja. Let's do it. Das ist immer so ein bisschen tricky hier, ne? Oh. Oh. Let's do it, ready? Spin attack! Prepare yourself. Prepare yourself. Prepare yourself. Prepare yourself. Cola- sides expands infinite. Wow, 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 whoa, wow! There. Ja! Let's do it. Sean和'm out. We are ready! Let's do it. Ready? Prepare yourself. Prepare yourself. Prepare yourself. Prepare yourself. okay ja ich bin ja so gott ich weiß gar nicht was ich gemacht habe warum ich das überhaupt geschafft habe drei sterne warum habe ich das geschafft mit drei beat draco centauros titus versus puyupuyo in big ich habe die worst lock ever ich hoffe jemand findes mich bevor ich starve so sie kann sehen wie cute ich bin pp? huh? was ist das chubby little thing? ich wundere ich kann es essen pp! hey sorry pal aber es ist survival of the fittest hier pp pp! so da ma 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 so jetzt war gerade meine kleine süße tochter noch hier der habe ich kurz geschnattert deswegen habe ich nicht reagiert und nicht gelesen was da stand aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem schaffen oder auch nicht per se wer weiß tja big bang das ist relativ easy wenn man nicht daneben drückt und ich glaube bei tetris hat man immer so einen kleinen schwindigkeitsvorteil weil man halt schneller agieren kann ach dafür muss man mehr machen ne als bei puyupuyo und ich konzentriere mich grad so sehr dass ich jetzt nicht nochmal einen fehler mache na na nein das war ja oh das war doppelmist doppelmist war das ach komm mal 63.000 gegen 7.100 ist ja schon mehr eindeutig oder? ja ja und zum lück müssen wir nur einmal spielen pp 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 ich weiß gar nicht wie viele punkte ich machen sollte ja supergeil ich sollte weiß ich nicht wie viele punkte machen ne und äh ja jetzt sim okay ok ist steppe he we . hab Huh? We're lost. You see a black fooling shadowy guy sailing by? Oh, yeah, keep on going and make a right up ahead. Then head left when the road ends. Can't miss it. Gee, thanks. You deserve a reward. I'm broke or I give you one. Okay. We're almost there, gang. What a bunch of weirdos. And now I'm all alone again. I'm hungry. Clear 8 lines within 1 minute. Okay. Kommen wir doch hin. Lidl. 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 Mensch, Lidl ist auch hier. Lidl. Oh, great. What's all the crying about? Oh, a girl with horns. You can talk. Hello. Wow, that's how lonely I am. I hallucinated a girl with horns. Boy, I'm such a silly man. I am not a figment of your imagination. Oh, that's cute. My hallucination is trying to argue back. Hey, listen up. There's only one way to prove you I'm real. Okay. Whatever. 40 Sekunden. Okay. Zack, zack. Oh man, gib mir doch mal die richtigen. Was ist denn das hier? Das ist ja auch scheiße. Muss ich dir dann scheiße machen, ey. Oh, was ist das denn? So ein Dreck. Mann. So ein Dreck. Ich bin ja so schlecht, weil ich mal wieder nicht bauen kann. Press up to drop them fast. Ja, mach ich doch. Manchmal ist es zu schnell. So. 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 Zack, zack. 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 Zack, 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 zack. Oh, ich hab vier Sekunden zu lange gebraucht. Das waren diese vier Überlegungssekunden. Und jetzt Tetris vs. Tetris. Big Ecolo. Okay. Machen wir doch. Machen wir doch. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack Jーicer ich weiß nicht ich habe schon aufgegeben irgendetwas zu wissen ich wollte ja auch was ich bin kein cheater bin kein cheater ich bin kein cheater nein was war das ich bin kein cheater nein 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 scheiße scheiße nein 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 und ich habe so viel mehr punkte also wer cheatet denn hier wir sehen uns im nächsten part ich bin aber kein cheater tschakowski tschakowski die die